Ja, hallo ihr Lieben, hier ist wieder Peter Heinrich von EasyDAV.de. Ja, im heutigen Video geht es um Wortschatzarbeit. Wie kann man am besten seinen Wortschatz erweitern? Und los geht's nach dem Intro. Ja, und bevor wir anfangen, gleich hier wieder der Hinweis auf unseren kostenlosen Gedächtnis-Crash-Kurs für deutsche Grammatik. Da lernst du sehr, sehr wichtige Gedächtnishilfen kennen. Jedenfalls die Basics davon, die absoluten Grundlagen, die dir dann auch natürlich helfen können bei der Wortschatzarbeit. Hier wird es nochmal eingeblendet. Früher habe ich den Kurs für 37 Euro verkauft. Heute ist er kostenlos. Danach wirst du sofort in unseren Mitgliederbereich weitergeleitet und dort findest du dann alles. Okay, jetzt aber zum heutigen Thema. Also Wortschatzarbeit, das war eine Frage in unserem Campus-Fortrag. Forum von einem Nutzer. Ja, wie kann ich am besten meinen Wortschatz erweitern, war die Frage. Und natürlich gibt es Wortlisten, einen Grundwortschatz für jede Sprache. Und es ist erstmal sinnvoll, wenn du den einfach stur, vielleicht zu Hause auf dem Sofa mit Karteikärtchen und vielleicht ein bisschen mit Nemotechniken, wie du sie ja bei uns im Campus findest, einfach lernst. Das ist so die Basisarbeit. Das ist schon sinnvoll, einfach Wörter auswendig zu lernen. Aber dann würde ich natürlich möglichst früh anfangen, in personalisierten Kontexten zu lernen. Das heißt, in Kontexten, die für dich persönlich wichtig sind, für das, was du ausdrücken möchtest. Und dafür sind, ja, entweder du kommst selbst in Situationen, in denen du merkst, dass du dich nicht so richtig mitteilen kannst und du merkst dir einfach, was du sagen wolltest. Oder andere haben dir vielleicht geholfen, die richtigen Wörter zu finden. Und dann merkst du dir die auch, schreibst sie dir auf und lernst diese zu Hause gezielt. Oder du gehst innere Gesprächssituationen durch, führst innere Dialoge über die Themen, die dich interessieren, die für deinen Alltag relevant sind oder für deinen Beruf relevant sind. Und dann merkst du ja, was du gerne ausdrücken möchtest. Und dann fragst du dich, wie sage ich das auf Deutsch? Und dann recherchierst du oder schreibst uns über unseren Campus eine Nachricht, wie sagt man das auf Deutsch? Und wir antworten dir. Und dann lernst du das ganz gezielt auswendig. Und du musst das natürlich wiederholen und im Idealfall auch regelmäßig anwenden. In der Anwendung wird sich das Ganze dann festigen und einschleifen. Ein anderer Ansatz ist, du möchtest dich vielleicht auch ein bisschen inspirieren lassen von außen oder du möchtest Deutsch unterrichten und möchtest bestimmte Themen oder ein bestimmtes Vokabular unterrichten. Du suchst aber dafür auch wieder einen Kontext. Es ist immer wichtig, das Vokabular in Kontexten eingebunden zu lernen. Dann verstehst du es auch in der Anwendung gleich besser. Das ist jetzt also wichtig für Lernende und auch für LehrerInnen. Denn neulich hatte ich in der Schule so eine Situation. Eine Kollegin von mir ist Französischlehrerin und sie ging da mit iPads in Richtung ihrer Klasse und ich sagte, heute hast du aber Großes vor. Ja, eine Kollegin von mir in Frankreich, die unterrichten dort Deutsch an der Schule und sie hat mich gebeten, aus dem Klassenraum Videos von Schülern aufzunehmen, damit die in Frankreich ein bisschen Videomaterial haben aus Deutschland, mit authentisch gesprochenem Deutsch. Das kannst du natürlich machen, aber das ist erstens extrem aufwendig und zweitens, ja, schau dir mal an, was so Schülerproduktionen sind dann von solchen Videos. Das ist oft nicht die beste Qualität und du hast keine Untertitel dabei, du hast noch keine Arbeitsblätter oder sonstige Aufgaben dabei. Das ist sehr aufwendig. Dann habe ich sie darauf hingewiesen. Übrigens habe ich 128 solcher Videos mit echten Kontexten und die will ich jetzt auch euch mal vorstellen, denn manchmal suchst du vielleicht einfach als lernende Person Inspiration in echten Kontexten. Wie sprechen die Deutschen eigentlich so? Wie benutzen die die Sprache? Und dein passives Deutsch ist vielleicht schon sehr viel besser und du verstehst schon, ohne dass du es vorher wusstest und weißt dann, ah, so sagen die das. Und wir haben also über einen gesamten Jahresverlauf Videos aufgezeichnet, sodass also immer Jahreszeit aktuell immer was Passendes für dich dabei sein sollte. Ja, und jetzt zeige ich dir das Projekt einfach mal. Wir gehen mal hier auf meinen Bildschirm. Wir sind hier jetzt auf unserem EasyDAV Campus. Also wenn du irgendwo bist, hier kannst du natürlich erst mal auf Kurse klicken und dann wird alles alphabetisch angezeigt. Das kann etwas unübersichtlich sein. Klick immer aufs Logo hier und dann kommst du schön sortiert nach Kategorien zu unseren Kursen. Und hier sind die Lerntechniken. Die sind natürlich sehr wichtig, wenn du deinen Wortschatz gezielt auswendig lernen möchtest und dir manche Wörter nicht merken kannst. Und hier kommt jetzt die Sektion Wortschatz, Hörverstehen, Kultur, Landeskunde. Und hier sind unsere 128 Gastfamilien-Videos. Da klicke ich jetzt einfach mal drauf. Ja, und hier siehst du, wir gehen mal ganz kurz durch die Thumbnails und ich zeige dir, was jetzt zum Beispiel aktuell wäre. Du siehst hier die Jahreszeiten. Hier ist so der Herbst mit Zwiebelkuchen, und dann kommt Halloween, dann gehen wir noch ein bisschen vor. Weihnachtszeit hier. Und Fasching. Jetzt wird es so langsam wieder etwas wärmer. Hier kommt Ostern und so langsam scheint die Sonne. Wir stellen unseren Sonnenschirm auf. Und hier fangen jetzt die Feste im, guck mal, im Mai und dann später zur Wermachen-Jahreszeit an. Hier ist so ein richtiges Volksfest. Das ist mein Vater hier mit dem Bier. Dann die Spargelzeit. Hier ist ein Festival, das besser als nix, heißt das bei uns, wo ich herkomme. Dann haben wir hier eine Hochzeit gefilmt und so weiter. Also du findest hier wirklich immer passende Videos. Und jetzt möchte ich dir mal ein Beispiel zeigen, wie es sich gerade in unserem Campus heute ergeben hat. Denn, wir gehen nochmal auf meinen Bildschirm, auf die Übersicht. Wir haben ja hier zum Beispiel unseren Konversationskurs. Das ist zum Beispiel auch eine sehr wichtige Gelegenheit, dass du deinen Wortschatz im Gespräch testest oder auch den Mut hast, dich an aktuellen Gesprächen zu beteiligen. Und dabei merkst du immer auch, was du sagen möchtest und was du noch lernen musst. Und du kriegst natürlich Hilfestellung von unseren Lehrerinnen und schreibst hier das neue Vokabular auf und kannst es lernen. So, für diesen Konversationskurs, der findet jede Woche statt. Jede Woche haben wir einen Konversationskurs, mindestens eine Stunde lang. Und hier übrigens haben wir schon 41 Aufzeichnungen von Konversationskursen. Da können wir einfach mal kurz reingehen. Hier erkläre ich kurz, wie das funktioniert. Und hier hast du jetzt die Themen vorgegeben, worüber wir uns schon unterhalten haben. Das sind jede Menge Aufzeichnungen. Wir gehen mal kurz in das Letzte rein, zum Thema Schönheit. Und hier ist jetzt wichtig, in der Materialsektion hier findest du einmal die Chat-Datei, also das, was während des Kurses an Wortschatzarbeit geleistet wurde, was dann so in den Chat geschrieben wurde. Du kannst ja hier die MP3-Datei runterladen und dann einfach dein Hörverstehen unterwegs ein bisschen trainieren, indem du diese Datei auf deinem MP3-Player oder auf deinem Smartphone laufen lässt. Und hier haben wir eine PDF-Datei. Das ist jeweils eine vorbereitende Datei. Ne, ich mach das mal etwas größer hier. So, also das sind jetzt drei Seiten Vorbereitungsmaterialien, mit denen du dich, wenn du dir das Video ansiehst, vorher schon ein bisschen einstimmen kannst. Oder wenn du Lehrerin bist, kannst du natürlich diese Datei auch verwenden, wenn du selbst zu diesem Thema mal eine Konversationsrunde machen möchtest, kannst du unsere bereits erarbeiteten Dokumente verwenden, in deinem Klassenraum, mit deiner Lerngruppe online oder wie auch immer du unterrichtest. Gut, und wir gehen hier wieder raus. So, was ich dir eigentlich zeigen wollte, ist diese Konversation. Das ist so ein Gruppenchat von uns Administratoren. Und Stefanie ist eine unserer Konversationskurslehrerinnen. Und sie schrieb hier also, am 1. Juni jetzt möchte sie auch einen Kurs durchführen. Das Thema soll sein vom Warten, Abwarten und Erwarten. Und sie sagt dann, leider habe ich kein Gastfamilienvideo gefunden. Also der wesentlich an dem Konzept unserer Konversationskurse ist, dass ihr meistens zur Vorbereitung solch ein Dokument bekommt, wie ich es schon gezeigt habe. Und man kann sich auch ein Video aus unserem Gastfamilienbereich ansehen, wenn es thematisch passt. Nicht immer passt ein Video dazu, aber sehr oft. Und dann kannst du dich schon ein bisschen drauf einstimmen, ein bisschen schon Wortschatz dir rausschreiben, was für dich wichtig sein mag. Und dann kannst du noch gewinnbringender an der Konversation teilnehmen. So, jetzt schreibt Steffi aber, ich habe dazu kein Gastfamilienvideo gefunden. Das ist aber null Problem. Dann machen wir halt mal einen Konversationskurs ohne Grundlage eines solchen Videos. Aber ich dachte dann, Moment, das Wort Warten, das könnte doch, ich habe mich dann daran erinnert, dass wir ein Video haben auf dem Bahnhof. Da dachte ich, wahrscheinlich haben wir da auch mal auf den Zug gewartet oder so. Und dann bin ich da mal rein. Und jetzt zeige ich euch einfach mal, wie man als Dozentin auch gezielt mal nach Wörtern suchen kann. Hier ist das Video auf dem Bahnhof. Da gehe ich mal rein. Da unten kannst du jetzt natürlich einen Verstehenstest starten online. Das machen wir jetzt aber nicht. Aber in der Materialsektion hier findest du jetzt wichtige Ausschnitte mit wichtigem Vokabular und Phrasen aus dem Video. Und du findest hier die Untertitel komplett als Transkript. Und hier sind sie. Mach es wieder etwas größer. Und jetzt kannst du natürlich hier in die Suche, da steht jetzt noch Bier drin, das habe ich vorhin mal eingegeben, gibst du einfach mal ein Wart. Und du siehst hier, hier kommt drin vor, und die Menschen warten am Gleis auf den Bahnsteig. Es kommt dreimal vor in dem Dokument. Ich gehe mal zum nächsten Fall. Hier, wartest du auch auf deinen Zug? Ja. Und jetzt noch ein bisschen größer. Und hier nochmal, man muss in Abschnitt C warten. Und du siehst, wenn du ein bestimmtes Thema oder ein bestimmtes Wort vielleicht mal vermitteln möchtest, dann kannst du auch so vorgehen, dass du dir die Videos ansiehst. Zum Beispiel, wenn es um Trinken und Essen geht oder was kaufen, da findest du sofort Videos, wo du merkst, ah, da kommt sicher dieses Vokabular vor. Und dann kannst du über die Volltextsuche einfach mal den Wortstamm eingeben und kannst dich schon ein bisschen orientieren, kommt da das Wort vor vielleicht, das ich mal im Kontext, im Gebrauch vermitteln möchte. Ja, das ist unser Konzept des EasyDAV Campus. Ein Teil davon sind diese 128 Gastfamilien-Videos, die also in der Form sicher einzigartig sind. Sie kommen mit Untertiteln auf Deutsch und Englisch, mit Online-Übungen und vor allem mit Kommentarfeldern unter jedem Video, sodass unsere Mitglieder uns auch ständig Fragen stellen können und wir können schnell antworten. Ich weise nochmal darauf hin, dass du sehr günstig Mitglied werden kannst, indem du dich vorher in unseren kostenlosen Gedächtnis-Crash-Kurs für deutsche Grammatik einträgst. Und ich zeige dir jetzt gerade mal, was dich erwartet, wenn du dich da einträgst. So, hier bin ich jetzt mit einem eingeschränkten Account drin. Schau mal, hier oben ist das nächste Level Deutsch. Das ist nicht enthalten in der regulären Campus-Mitgliedschaft. Das zahlen unsere Mitglieder momentan extra, weil das ein Coaching ist, ein vier Wochen Intensiv-Coaching. Da sind auch nur zehn Leute zugelassen. In der Infobox unter dem Video verlinke ich die entsprechende Informationsseite dazu, da siehst du auch die aktuellen Daten, wann das nächste Coaching stattfindet. Da wirst du individuell betreut und Stephanie bringt dir bei, wie du dein Deutschniveau wirklich aufs nächste Level heben kannst, indem du lernst, eigenständig mit den Materialien umzugehen und dein Deutsch zu verbessern. Und sie korrigiert dich dann auch individuell, abgestimmt auf dein Level. So, wenn du dich jetzt also kostenlos einträgst, hast du hier Zugang zu unserem Gedächtnis-Crash-Kurs für deutsche Grammatik. Ich zeige das gerade mal kurz. So, hier hast du vier Videos und bei zweien davon sind sogar noch Online-Übungen dabei. Wenn du jetzt auf Kurs starten drückst oder klickst, sieht das genauso aus. Hier ist also ein Video, das geht hier 24 Minuten lang, wo ich so die Grundlagen für Gedächtniskunst für deutsche Grammatik erkläre und es gibt dann noch drei weitere Teile, insgesamt also vier Videos. Du hast aber mit diesem kostenlosen Basiszugang auch noch Zugang zu weiteren Sachen, nämlich, schau mal hier zu den Erfahrungsberichten zum Beispiel zum Deutsch-Elfe-Lernpaket. Das kannst du dir kostenlos anschauen. Und hier die Sektion Wortschatz, Hörverstehen und so weiter. Da hast du auch drei freie Kurse. Hier findest du vier oder fünf kostenlose Gastfamilien-Videos, also das, worüber wir gerade gesprochen haben, findest du hier vier Themen und kannst dir anschauen, wie die Materialien, also du kannst dir die wirklich anschauen und durcharbeiten mit Untertiteln, mit extra Material, alles dabei, mit allem dabei. Und hier kannst du dir Erfahrungsberichte anschauen. Hier haben unsere Mitglieder mal uns Videos, eigene Videos geschickt über ihre Lieblingswörter aus diesen Videos. und ja, die 128 Videos, der Zugang ist dann für unsere Premium-Mitglieder. Gut, und hier unten findest du auch den Sprechchat. Auch da ist eine kostenlose Beispiellektion enthalten. Hier, da kannst du also auch schon mal ein paar Übungen aus unserem Sprechchat machen. Und wenn du genau wissen willst, was das ist, dann trag dich einfach jetzt noch mal kostenlos ein. Du kannst dir ja kostenlos ein paar Übungen anschauen und dann kriegst du auch einen Eindruck dafür. Okay, ich hoffe, das hat dir ein bisschen geholfen, Strategien, dir einen Wortschatz zu erarbeiten, der für dich relevant ist und vor allem auch, dass die Lehrerinnen, was damit anfangen konnten, wie sie an ordentliche Kontexte kommen oder an ordentliche Materialien für ihre eigenen Konversationskurse. Ja, oftmals sind ja im Buch irgendwelche langweiligen, jetzt nicht sehr aktuellen Kontexte vorgegeben und so weiter. Und bei uns ist das also wirklich sehr aktuell, spannend und manche Diskussionen sind sehr dynamisch, kann ich sagen. Also man lernt wirklich mit viel Emotionen auch relevante Wörter kennen. Okay, das war's mit dem heutigen Video. Mein Name ist Peter Heinrich. Meine Website lautet easydav.de. Es lohnt sich immer, da mal vorbeizuschauen. Und ich freue mich natürlich über neue Abonnenten und über Likes, wenn euch das Video gefallen hat. Und einen Instagram-Account habe ich ja übrigens auch noch, der wird ja irgendwo eingeblendet. Ja, ich freue mich über Regenzulauf. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.